3-4-3, oder? Ja. Gut ist er, komm Stefft, komm Stefft! Stefft! Geht's weiter, geht's doch! Fäulich, er faul fühlt sich tief an, oder? Fäulich! Das ist tief! Tag, Stefft! Tag, Max, er kommt rein! Du bist denn da? Ja, ich bin ja... Ich bin ja... Ich bin ja... Eins weniger, weil... Ich hab... Und hier? Bist du jetzt runtergegangen? Wer? Du! Was? Bist du jetzt runtergegangen? Ja... Ja... Habt du mich gehört? Ja... Sieben! Außerdem ist das Innenhof auch vorne... Schon... Wuscht ja... Und den ersten... Lebt er schon wieder... Ja, sehr schön... Ein Radler und eine Spitze... Ja... Es war nur ein Radler und eine Spitze... Fällt es gut? Aber... Es war nur ein Radler und eine Spitze... Wir haben keinen... Doch eins haben wir gezahlt... Ja... Das hat sie eh schon gesagt... War top! Eigentlich... Er war top! Wir sitzen am Tisch... Jetzt sind zwei Engländer und seine Frau zu uns... Dann haben wir ein bisschen mit einer Glacke hingeschaut... Hast du eigentlich? Ich weiß nicht... Und haben wir ein bisschen geschaut und ein bisschen geredet... Und... Dann haben wir gefragt... Ja... Was ich... Was ich eigentlich... Woher macht... Als Außendienst... 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 Äh... Oder unser Auto... Aber es ist der Ergste... Also... Den Ergste... Machen Sie so? Es ist der Ergste... Der Ergste... Hör Ja... Was interessant ist... Ich bin nicht zu dritt auf einem Schilder, der auch sehr interessant ist. Ist das für Sie interessant? Hau dich in die Sonne, du bist jetzt nicht auf die Tasche. Auch schon. Was für Sie interessant ist.